Der Bachelor Dominik Stuckmann hat seine letzte Rose verteilt. Das Finale konnten alle Fans der Kuppelshow bereits bei RTL Plus streamen. Achtung, es folgen Spoiler! Dominik überreicht seiner Traumfrau Anna die letzte Rose mit den Worten, dass er sich in sie verliebt habe. Obwohl der Bachelor zuvor immer wieder betonte, dass Anna und er sehr verschieden sind, hat er sich für die Gegensätze entschieden. Für die Zweitplatzierte Jana Maria ist die Abfuhr ein Schlag ins Gesicht. Sie galt lange Zeit als Favoritin und fühlte sich schon wie Dominiks Freundin. Immer wieder stellte Jana Maria heraus, wie ähnlich Dominik und sie seien und wie gut sie zusammenpassen. Sichtlich enttäuscht fragt die 29-Jährige daher bei Dominik nach. Warum hast du mir gesagt, dass du dich in mich verknallt hast? Der sonst so souveräne Bachelor hat Mühe mit einer Antwort. Als ich das sagte, habe ich das gefühlt. Bei ihm habe sich einiges verschoben und er habe sich für Anna entschieden. Die verletzte Jana Maria zeigt sich sauer. Ich fühle mich schon verarscht. Hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich nicht so viel von mir preisgegeben. Baba, bisher danach hat mich schon converged- wir sehen uns ja, esあー verknütend wird. Aus committees zur depicts algunos, nämlich nicht so vielfachen. Bis zum nächsten Mal hin, đểEngliix-Kartöme anέ útil. Jet mal hier, letzte Mal. Bis zum nächsten Mal.